Hi! Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Video mit mir. Und heute ist jemand da, der mir so ein schönes, süßes Geschenk gemacht hat. Deswegen musste ich mit ihr aufnehmen und sie heute töten in der Folge. Hi. Oh, cool. Quatsch. Briefed ist heute dabei, Toni ist dabei. Ilja, hast du es inzwischen, wenn ich dem irgendwelche Regieanweisungen hier reingebe mit irgendwelchen Sachen? Von daher, Ilja, mach mal da bitte eine Katze rein. Wehe, du machst dein Gesicht da rein. Ich schwöre es dir. Dann gibt es... Dann bist du gefeuert. Bist du gefeuert. Wir haben uns heute hier versammelt, weil du bist Mitglied von Stadt Rot. Wie? Hä? Du kannst dich selber dagegen sein. Hallo, was? Das war wieder zurück. Hallo, was? Ich habe einfach genommen, inhaliert und einfach wieder zurückgegeben. Ach so, okay. Bist du überhaupt irgendein Stadtteil? Also ich bin die Zitadelle der Hölle. Ah, okay. Die kennen die Leute jetzt auch noch nicht von der Aufnahme, aber die, die im Stream dabei waren gestern, waren toll. Leute, twitch.tv. Ich streame wieder auf Twitch. Comeback des Jahres. Hey, hey. Oh je. Ich habe hier auf jeden Fall übel die krasse Cobblestone-Kirche gebaut. Ich sehe es gerade. Ja, wie? Moment. Hä? Du kannst mich sehen? Woher weißt du, wo ich bin? Ich bin geheim hier unterwegs. Was soll das? Ja, lol. Hä? Wo bist du jetzt hin? Guck. Klappt perfekt. Hier bin ich. Hier war ich die ganze Zeit. Ja, lol. Ja, lol. Und diesmal kaufe ich euch's ab, Leute. Das ist hier mein mächtiger Meister, das ist Copsi. Okay. Der redet nur Japanisch. Hey! Nee, hey! Das ist, das geht gegen die Ehre von Copsi. Kannst du nicht machen. Pssst. Ganz ruhig. Ja, lol. Hallo, was soll das denn jetzt? Entschuldigung mal. Entschuldige dich jetzt mit deinen eigenen Waffen. Wo ist deine Kiste mit deinem komischen Diamantenschwert? Komm her. Stopp. Ja, ich habe halt... Es hat mir halt tatsächlich keinen einzigen Hälsen Damage gemacht. Ich habe dich auch, glaube ich, nicht mal getroffen, ehrlich gesagt. Ich habe zweimal durch die durchgeschlagen, weil dieses ganze Projekt so krank bei mir leckt, Leute. Das ist nicht gut. Gut, als Disrespect dafür möchte ich jetzt mal bitte in eure Stadt kommen. Ich möchte mir das angucken. Ja, das ist kein Problem. Vielleicht finde ich ja gefallen an eurer komischen Stadt, wo ihr euch selber zerlegt. Für eine Treppe? Gut, gehen wir mal hier runter. Ja, guckst du mal, was ich schon alles gerissen habe. Das ist ein Zwei-Wochen-Projekt. Das sieht echt gut aus. Koppel-Stone-Leather-Boden. Nice. Und eine Koppel-Treppe. Leute sind stolz. Im letzten Moment, wenn ihr damit rechnet, ist, mache ich dich platt. Ja, da muss ich aber echt lange auf. Kannst schon mal AFK gehen vielleicht. Dann glaube ich, wenn ich wiederkomme, so morgen vielleicht so eine Herz weniger. Hallo, warum hast du denn so eine krasse Rüstung? Weiß nicht. Ist auch so ein Try-Hard geworden. Ich bin Spark 2. Ich bin Spark 2. Hallo, was geht? Hier ist mein riesiger Tower. Ich spiele übrigens das Projekt, seitdem das seit fünf Wochen vorbei ist. Alleine weiter. Leute, was geht? Kein Shade, kein Shade. Alles gut. Ja, mein Haus ist auch dafür, dass ich dann doch aktiv spiele, eher traurig. Das liegt aber auch an dir, ne? Das liegt auch an mir. Man muss sagen, du kannst einfach nicht bauen. Und weil Gombe mein Nachbar ist, kann man ja nicht besser bauen. Oh je. Warum liegen hier eigentlich überall Schülkröten rum? Das waren auch mal meine. Die hat jemand entführt und dann waren sie weg. Aber gut, ich habe eh bessere Haustiere. Du hast Haustiere? Ja, willst du alle meine Haustiere sehen? Das ist wirklich unfassbar hässlich hier, ne? Ja, guck, das ist mein Haus. Das ist dein Haus. Da war ich schon mal drin. Da war ich schon mal drin. Kein Puff? Ich habe jetzt auch die Fensterscheiben zu lila Fensterscheiben gewechselt. Dann ist es auch nicht mehr so. Warum musst du dazu schreiben, dass das kein Puff ist? Was geht denn hier ab so unter der Woche? Ja, ja. Hier haben wir Papageien. Alter, es gibt Papageien? Da muss ich dir jetzt was Heftiges zeigen. Moment. Warte mal. Kannst du nicht auf die Schulter nehmen? Dann logge ich mich aus. Dann ist das Video vorbei jetzt an der Stelle. Nicht dein Ernst. Okay, tschüss. Wie kriegt man Papageis? Es gibt ein Portal in den Dschungel. Oh Gott, ich kann nicht reden. Ein Nether-Portal durch den Nether in den Dschungel. Nicht dein Ernst. Was ist denn hier passiert? Ich sehe ja Puffi. Das ist nicht gut. Das ist Quälerei. Hier Puffirei. Das ist nee. Nee. Das ist nee. Jetzt? Du wirst es nicht mehr fassen können. Das ist der gruseligste Shit, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Gerade mit der Mucke dazu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man könnte so einen ganzen Kult machen mit denen. Und dann so 100 Papageien in diese kranke Nether-Kirche von einem Elfjährigen. Und dann wippen die einfach ein ganzes Haar mit ihrem Kopf da drin. Leute, das ist der Plan. Jetzt kommt das Beste. Jetzt kommt das Beste. Okay. Ich wollte übrigens gerade TNT setzen. Habe aber leider keins dabei. Lami. Ach, Lamis. Aber wie süß ist das denn? Alpaki. Kann man darauf reiten? Ja, also kann ich draufsetzen. Ja. Ich komme, um euer Dorf zu zerstören. Ihr Schweine. Los, Ilja. Explosion. Peng. Okay. Entschuldigung. Ich habe euch jetzt zerstört. Wie geht es damit um? Ich würde jetzt einfach mal einen Baby-Lama zeugen. Hast du die alle so angezogen? Ja. Ich muss einfach einen Teppich drauf machen. Guck mal, das ist Salami. Ich habe eigentlich auch noch Philipp Lamy. Aber Philipp Lamy ist irgendwie ausgeprägt. Philipp Lamy. Alter. Auf der Suche nach Philipp Lamy. Kannst du ja mal einen ganzen Livestream drüber machen. Okay. Und die beiden machen jetzt die Salami. Trägt. Ah, hier. Guck mal hier. Oh Gott. Ja. Oh, oh. Die machen Bum-Bum. Okay, müssen wir zensieren, Leute. Müssen wir zensieren. Leider alles. Ist das jetzt passiert? Dann ist es. Ne. Das ist einfach rausgeploppt. Oh. Was passiert, wenn ich das jetzt umbringe? Dann werde ich dich dann auch umbringen. Alles gut. Ich mache hier nichts. Ich mache hier nichts Böses. Ich mache nichts Böses. Gut. Oh mein. Ey. Ey. Shh. Hä? Hat es gerade gespuckt auf dich? Hä? Ich glaube halt nur. Das warst du? Ich dachte, du hättest mich abgeschossen. Nö. Ich habe dann ein Ei nach dir geschossen. Aber ich glaube, das hatte ich davor auch abgespuckt, das Ding. Die können mich anspucken? Ich bin mir nicht so sicher, ob die das können. Nicht dein Ernst. Ich glaube, das fanden die jetzt nicht so gut. Kann man sowas mitnehmen? So einen Baby-Lama? Ja. Rebi hat meine Leine geklaut. Oh Mann, ey. Können wir die zurückklauen? Ähm. Ich habe... Es ist nicht in seinen Kisten. Nicht, dass ich schon nachgeschaut hätte und einfach so in seine Wohnung gegangen bin und geguckt hätte. Aber ich habe es so im Gefühl so. Ist dringend. Also ist wirklich dringend. Wir brauchen wirklich eine Leine. Ich möchte den mitnehmen und... Ähm. Großziehen. Ähm. Bitte? Großziehen. Okay. Großziehen. Okay. Großziehen. Ja, ja. Was geht denn bei euch? U-Bahn. Habt ihr eine U-Bahn? Jo. Aber wir haben keine Minecarts. Aber wir haben den Weg so. Also... Wir können U-Bahn hier in Stadt Rot? Äh... Vielleicht doch nicht. 200 Euro hat er gemacht. Jo. Was? Jo. Warum? Frag mich nicht. Was machst du dann für 200 Euro Donation? Ja, ich habe mich nur ausgezogen. Das finde ich vollkommen okay. Leute, schaut mal bei Toni vorbei. Kanal ist verlinkt in der Beschreibung. Da hast du ein Herzchen zugeschrieben, ne? Da wusste genau, wie das Game gespielt wird. Ja, ja. Ja, ja, genau. Nicht dein Ernst. Wie viel Geld hat der? Wie viel Geld hat der denn? Das ist ein Mensch, der dir 200 Euro gegeben hat. Ey, das würde mich so unter Druck setzen, so Gegenleistung zu erbringen, ne? Also wirklich... Ja, ich habe mich auch ausgezogen. Und das machst du für 200 Euro? Ne, für drei. Ach, hier geht es noch weiter. Nicht dein Ernst. Kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen, dass es hier noch schlimmer wird. Oh Gott, oh Gott. Müssen wir alles... Müssen wir alles... Oh, Spark Army. Ach, die schreiben dann immer was dazu. Und das schreibst du dann hier drauf. Ja. Aber das ist ja nur ein Wort. Zeit, was die haben, oder? Weil du kannst ja nicht so viel auf dem Schild schreiben. Richtig. Wenn ich es da draufschreiben würde. Du... Du... Lulatsch. Passt noch in. Du Lulatsch, bist du blöd? Das ist eh nicht. Ja, guck. Dann, äh... Alter, das ist ja voll das kranke System. Korallen und sowas. Wir haben immer noch keine Leine. Korallen, Räf. Ja. Oh, 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 oh. Oh Gott, ja. Före ich mich aus? Ihr habt drei Euro, ey. Ich komme immer noch nicht klar. Oh Mann, ey. Was jetzt wieder Leute denken. Leute, das ist ein Spaß, ne? Nicht, dass ihr jetzt... Geht's in Joe. Nicht, dass ihr jetzt zu ihr in den Stream geht und sagt, ja, hier, drei Euro, was los? Ich habe das bei Sto-Ming-Video gesehen. Ihr Schweine. Ich sehe das nämlich schon. Genau so. So, das geht hier. Der Gomme hat auch auf jeden Fall viel so gebaut. Ach, das ist Gomme? Und ihr habt eure Häuser verbunden? Ja. Oh, wie süß. Das ist die Brücke des Hasses. Äh, 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 kitschig. Seid ihr zusammen jetzt? Ja. Ja? Hast du es gerade gedroppt einfach? Ja. Hammer. Stimmt das auch? Nee. Ach, doof. Nether? Nein. Ja, ja, wir gehen jetzt zu Spanak. Ach, ihr könnt euch doch nicht so was ausdenken. Teleportieren im Nether, das ist viel zu krank. Oh je, was passiert hier? Ja, weg jetzt sehe ich das ultra-neue Nether-Portal. Hä, aber wie macht ihr das denn? Warte, hier kommen wir jetzt zu Sparke. Halt's auf. Halt's auf. Ja, Leute. Wie funktioniert das? Wenn soll, wir sehen wir hier auch bei Sparke. Ist das Sparke? Ja, das ist Sparke. Okay. Kranke. Kranke Scheiße. Wo ist jetzt Sparke? Da ist er. Ah, da ist Sparke. Da ist er. Oh Gott, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, die ist auf eine Leine. Ich kriege da mein Baby-Opfer-Lahme. Äh, Aufzie-Lahme. Ach, guck mal, direkt neuen Leinen. Mördergeil. Mördergeil. Danke. HDGDL. Gott, Alter. Mega gut. Der weiß gar nicht, was für ein Unheil sich jetzt da reingeritten hat, Alter. Der hat einfach dazu beigetragen, dass Mama-Schum. Äh, aufgezogen wird. Alles gut. Alles gut, jetzt chill, 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 chill. Achso, achso, okay. Erspann dich, entspann dich. Kriegst du uns 3 Euro Donation. Oh, cool. Oh, guck mal, die anderen kommen direkt mit. Oh Gott, chill. Ja, ich weiß, deswegen schnell zumachen. Guck mal, wie das läuft, weil das so kurze Beine hat. Oh, voll süß. Besonders, wenn das gleich stirbt. Äh, wenn das gleich aufgezogen wird. Alles gut. Ich hab schon einen Namen für ihn. Würdest du es hören? Ja. Lamuel Neuer. Und dann bin ich wieder der Teequäler am Ende des Tages, heißt es heute. Du ziehst ja aber so ein kleines Baby-Lama durchs Wasser. Ich ziehe mir aus dem Wasser raus, so easy. Der wollte unbedingt mal baden. Ja, tu es mal rein. Ach, guck mal, das passt ja perfekt. Das ist ja fantastisch. Und das ist jetzt mein kleiner Freund. Das ist Lamuel Neuer. Ja, hier ist auch ein bisschen so 3 Löcher Luft und so. Wie 3 Löcher Luft? Für was denn? Da oben so, ja. Das ist das Fenster. Ja. Ich lebe ja jetzt noch nicht so modern wie ihr da oben in eurem Dorf mit einer U-Bahn und sowas, weißt du? Ich muss hier noch aufräumen vernünftig und ganz normale Sachen machen. Ne? Also von... Wollen wir es für den Bogen wieder an? Nichts. Ich wollte hier nur kurz so ein bisschen fürs Lama. Fürs Lama natürlich. Ja. Alles gut. Alles gut. Du, ich bleib jetzt einfach hier in der... Alles entspannt. Kannst auch ruhig gehen. Also ich kümmere mich jetzt einfach um das Lama und... Und alles gut. Also einfach, genau. Einfach, genau. Alles entspannt. Okay. Drei. Zwei. Jo. Ich wollte mal ganz kurz... Ne, Entschuldigung. Das ist... Ich hab vergessen zu klopfen, aber ich wollte noch kurz Bescheid geben. Ich wusste nicht, ob du Bock hast auf ein bisschen verrottetes Fleisch. Ich wollte nur sicher gehen. Ja, ist immer gut, so ein bisschen was zu essen zu haben. Ist kein Problem. Gut, okay. Dann bist du bitte. Hier in meine kleine Ecke und dann... Super. Ja. Okay, du kleine Schlafer, jetzt wirst du von mir mies geschlachtet. Eins. Und dann ist es auch... Zwei. Jo, hallo. Ja. Hallo. Ah, ihr habt euch echt schon gut, ne? So kuscheln und so. Ja, wir sind gute Freunde geworden. Ich hab ihm gerade mal so mein Schwert gezeigt. Das ist ein großer Schwertfanatiker. Der geht viel auf so Mittel aller Roleplay-Conventions. Und ich wollte einfach mal meinen Diamond Swords sehen. Oh, ja, die Kohle ist hier oben. Warum kommt denn immer wieder Kohle da drauf? Ich raff das nicht. Kein Plan, ey. Also, das ist wirklich... Ich guck mir die Sachen hier an und dann... Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen jetzt. Das Thema ist durch. Ich muss dich leider darum bitten, jetzt wirklich dieses Haus des Herren... Ja. Oh Mann, das kann doch nicht sein! Ich hab mich gerade schon wieder erschrocken. Ich vergesse das auch wieder. Ich hab wirklich Alzheimer, glaub ich, immer. Ja, wo bist denn du? Da. Ich hab's gesehen, ne? Also, wirklich... Das wär schön, wenn ihr jetzt... Das wär schön, wenn sie... Ne? Ja, ja, ich... Okay. Okay, gut. So, jetzt ist es endgültig weg, du kleines Lama. Noch du und ich. Drei. Zwei. Eins. Für den Herrn und Meister kommt sie. Häh? Ah! Ah, ah! Ah! Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nix mehr ein. Tschüss.